Der junge Gelehrte Sri Chaitanya Bhagavata Adhikanta 9 Mat Ausgabe 1.10 Gaurachandra setzt seine Studien fort. Er ist jetzt im 16. Jahr. Als sein Freund Murari ihm sagte, es sei besser, Religion zu studieren als Grammatik und Logik, verspottete er ihn. Chaitanya wird Lehrer des Sohns von Mukunda Sanjaya und in dessen Haus fängt seine Laufbahn als Lehrer an. Er verspottet die ungebildeten Sanskrit-Gelehrten seiner Zeit. Sajidevi plant seine Heirat mit Valabha Acharyas Tochter Lakshmi. Gauranga begegnet ihr am Ufer und lächelnd erkennt er sie als seine eigene Lakshmi und im Geiste verehrt sie die Lotuse seiner Füße. Der Brahmane Vanamali berät mit Sajid und Lakshmis Vater und vermittelt die Heirat. Der Vater vermag aus Armut keine Mitgift zu geben. Die Hochzeit wird gefeiert, die Leute meinen, die beiden sehen aus wie Shiva Parvati, Indra Sajji, Lakshmi Narayana, Sitarama. Sajji dünkt es oft, dass sie eine Flamme an der Seite ihres Sohnes sehe. Oft spürt sie seltsamen Duft von Lotusblumen. Sie ahnt und dann zweifelt sie wieder, dass diese Lakshmi wirklich die Lakshmi Narayanas sei. Seit der Heirat setzt Wohlstand in der Familie ein. Seltsam. Er ist ganz sichtbar vor alle Augen. Doch offenbart er sein Wesen nicht. Wer hat die Kraft, Gott zu erkennen? Solange er sich nicht zu erkennen geben will, hat nicht einmal Lakshmi die Kraft, ihn zu erkennen. Deshalb sagen alle Veden und Puranas, nur wenn er jemandem Gnade schenkt, nur dann wird er erkannt. Chaitanya Bhagavata Adhikanda 9 Mat Ausgabe 1.11 Der Gelehrte Chaitanya findet nur seinen Lehrer Gangadas wert, mit ihm die Schriften zu diskutieren. Die Welt sieht in Prabhu einen edlen Brahmanen, der ein Hausvater ist. Die Frauen sagen, er sieht aus wie der Liebesgott. Die Gottabgewandten, er sieht aus wie Yama, der Herr des Todes. Die Gelehrten, er sieht aus wie Priyaspati, der Guru der Devas. Die Bhaktas, alles sind voll Freude und Niedergeschlagenheit. Mit solchen Gaben und ohne lebendige Erkenntnis von Krishna, wozu bloß alle Gelehrsamkeit? Sie ist ja vergänglich. So hat seine Maya, die Yogamaya, alle betört. Sie sehen ihn und sie sehen ihn doch nicht. Der eine oder andere Bhaktar fragt wohl, wozu verschwendet er die Zeit mit Wissen. Doch er lacht bei den Worten seiner Diener und sagt, es ist mein gutes Glück, dass ihr mich ermahnt. Wenn seine eigenen Diener ihn nicht erkennen, wie sollen es andere? Eines Tages kommt eine Schar Bhaktas aus dem Dorfe Jatikrama, um am Ganga-Ufer das Bhagavatam zu hören. Sie waren alle auf seinen Wunsch dort als Krishna Bhaktas geboren worden. Am einsamen Ufer lesen sie und hören sie das Bhagavatam und verehren Govinda Krishna. Einer von ihnen ist ein Sänger Mukunda und die Bhaktas von Navatvip gehen mit Advaita hin, hören zu und in Ekstase weinen alle, tanzen, lachen und einige fallen dem Mukunda zu Füßen. Alle vergessen die Welt. Chaitanya kommt, im Herzen voll Freude über Mukunda und verwickelt Mukunda und die anderen in ein Wortgefecht über logische Lücken und alle werden von ihm besiegt. Doch Srivas und die anderen Bhaktas laufen davon. Argumentieren ist Zeit und Wortverschwendung. Sie alle haben nur Interesse an Krishna. Doch wo Krishna nicht erklärt und dargestellt wird, haben sie keine Freude. Chaitanya fährt fort, die Vaishnavas mit Argumenten zu verwirren und macht sie lächerlich, wenn sie verlieren. Das führte dazu, dass sie alle wegliefen, sobald sie Prabhu auch nur aus der Ferne sahen. Eines Tages sieht Prabhu den Mukunda am Ufer. Mukunda eilt schnell fort. Chaitanya fragt den Govinda, Warum läuft der Bursche Mukunda fort? Govinda sagt, er wisse es nicht. Doch Chaitanya-Deva sagt zu Govinda, Ich weiß wohl, warum er flieht. Mit Gott abgewandten soll man nicht reden. Er liest und erklärt die Vaishnavaschastras. Ich jedoch bloß Logik, Grammatik und so weiter. Er hat keine Hoffnung, mit mir ein Gespräch über Krishna zu führen und deshalb meidet er mich. Eines Tages kommt Ishvara Puri nach Navadvip in einem solchen Gewand, dass niemand erkennen kann, wer er ist. Ishvara ist immer in Krishna Brema versunken und dem Krishna sehr teuer. Er ist voller Güte. Zufällig kam er in das Haus Advaitas. Advaita dienst dem Gast und da sich ein Vaishnava nicht verbergen kann, schaut er ihn an und fragt schließlich, Wer bist du? Mir scheint ein Vaishnava Sanyasi. Ishvara Puri antwortet, Ich bin der armselige Shudra, um deine Füße zu sehen, bin ich gekommen. Als Mukunda zusammen mit den Vaishnavas von Krishna zu singen beginnt, fällt Ishvara Puri in Brema Unmacht. Advaita nimmt ihn auf seinen Schoß und benetzt ihn mit Gangeswasser. Die Bhaktas hatten erkannt, wer er ist. Doch die Nicht-Bhaktas erkannten ihn nicht. Eines Tages auf dem Wege nach Hause begegnet Chaitanya dem Ishvara Puri und er grüßt ihn ehrerbietig. Ishvara Puri sieht ihn, wundert sich, gleicht er doch einem ewig Vollendeten und er fragt ihn, wie er heiße, was er lehre und so weiter. Schließlich sagen die Leute, Das ist Nimaipandit. Als er das hört, sagt er freudig, Du bist es! Chaitanya nimmt ihn in sein Haus zum Essen mit und als Puri von Krishna zu sprechen beginnt, wird er wie leblos. Fußnote 352 Leblos werden Einer der Sattvika-Bhavs der Brema-Bhakti Chaitanya freut sich ob des Stromes von Brema, Doch er offenbart sich auch jetzt noch nicht. Darauf hielt sich Ishvara Puri einige Monate in Gopinata Acharyas Haus auf und Chaitanya geht täglich zu ihm. Die Vaischnavas lieben Gopinata Acharya sehr, ist er doch immer in Brema versunken. Von Kindheit an ohne Interesse an der Welt und auch Ishvara Puri liebt ihn sehr. Und Ishvara Puri liest dem Gopinata Acharya sein eigenes Werk Krishna Lilamritam vor. Am Abend nach Beendigung seiner Studien und seines Lehrens kommt Chaitanya und begrüßt den Ishvara Puri, obgleich dieser Krishna Chaitanyas Wesen nicht erkennt. liebt er ihn doch und bittet ihn, sein Sanskrit-Werk auf Fehler hin zu korrigieren. Doch Chaitanya weist das ab und sagt, wenn jemand im Buch eines Bhakta, das Krishna beschreibt, Fehler aufweist, so ist er ein Sünder. Was auch der Wert der Dichtung sein mag und wie sie es auch sagt, sie handelt von Brema zu Krishna. Wie könnte jemand die Verwegenheit haben, in deiner Brema-Dichtung Fehler aufzuweisen? Obgleich Puri sich freut, so bittet er doch Chaitanya-Deva zu korrigieren. Uns Chaitanya und Ishvara Puri sitzen nun jeden Tag einige Stunden beisammen und gehen das Werk durch. Eines Tages bei einer Diskussion über ein grammatikalisches Problem kommt Ishvara Puri nach langer Überlegung zum Schluss, dass er selber Recht habe. Und Chaitanya-Deva gibt mit Freude zu, dass sein Diener Recht habe. Nach einigen Tagen bricht Ishvara Puri auf, unruhig im Bhaktirasa, unfähig an einem Orte zu bleiben. Allen Brema, den sein Guru Madhavendra Puri besaß, hatte er in Freude dem Ishvara Puri gegeben. Fußnote 353 Madhavendra Puri ist einer der ewig Beigesellen Bhagwans, die Chaitanya vorausgesagt hatte, ehe er selbst herabstieg. Madhavendra Puri war der Guru Ishvara Puri, auch der Guru Advaitas und Freund und Guru Nityanandas. Chaitanya hat oft gesagt, dass Madhavendra Puri der Spielleiter und erste Hauptdarsteller des Bhaktirasa sei. Chaitanya Bhagavata Adhikanda 10 Madh-Ausgabe 1.12 Chaitanya-Deva wirkt weiter als Lehrer. Die Bhaktas lieben ihn im Herzen und sind traurig, dass es ihm am wesentlichsten fehle, an Bhakti. Und einmal gehen sie zum Baden und beten zu Krishna, dass er ihm Bhakti geben möge. O Krishna, gib, dass Chaganaths Sohn sich dem Krishna-Rasa zuwende und seinen Sinn von allem anderen abwende. Möge er dich immer da in Prema Bhakti liebend verehren und dann gib uns Gemeinschaft mit ihm. O Krishna! Chaitanya-Deva ist der innere Seher und Lenker in allen Wesen. Er weiß, was sie im Herzen tragen und als er Schrivas und die anderen sieht, grüßt er sie ehrerbietig. Und er nimmt den Segen der Bhaktas auf sein Haupt, denn Segen der Bhaktas bedeutet Bhakti zu Krishna. Hin und wieder, wenn ihn die Bhaktas treffen, ermahnen sie ihn, dass bloßes Wissen Zeitverschwendung bedeute und allein Bhakti das Wesentliche sei. Er antwortet, Es ist wirklich groß, dass ihr euch um mein Heil sorgt und das macht mich glücklich. Doch habe ich im Sinne, noch einige Zeit zu lehren, dann werde ich kommen und bei den Vaischnavas lehren. Und lachend geht er seineswegs. Und unter dem Einfluss seiner Maya verstehen sie es nicht. Und Prabhu setzt diese Lila das Gelehrten mit seinen Schülern fort. Dreimal täglich badet er in der Ganga, Dienst der Thulasih. Täglich tut er den gebotenen Kult für Krishna, ist, ruht. Lakshmi massiert seine Füße. Er erhebt sich, geht von Neuem zum Lehren. Obwohl niemand weiß, wer er ist, so lieben sie ihn doch alle und geben ihm ihre Waren, ohne Rücksicht darauf, ob er bezahlen könne und ohne eine Schuld zu buchen. Der Tuchmacher gibt ihm Tuch, die Kuhhirden geben ihm Milch und Butter, die Parfumhändler geben ihm Parfum, Die Blumenverkäufer schenken ihm Blumen. Der Betelhändler gibt ihm Betel. Alles ist wie eine Wiederholung seiner Lila als Krishna in Mathura. Vergleiche Bhagavatam 10.41.40-52 Prabhu geht zu dem armen Shridhar, der die Stämme und Blätter der Bananenstaude verkauft, und fragt ihn, Du singst immer Hari, wie kommt es, dass du Armut erleidest? Du dienst dem Herrn, der Lakshmi, der Göttin des Reichtums, und doch bist du arm, hast weder Reis noch Kleider. Schau her, alle, welche die Vishhari und die Chandi, Aspekte der großen Maya der Welt verehren, die haben alles, denen fehlt es an nichts. Fußnote 356 Er will den Shridhar verlocken, die Devas und Divis zu verehren, da es ja offensichtlich sei, da es denen, die solch Verehrung üben, an nichts fehler. Shridhar Brahmane, das stimmt schon, die anderen haben keinen Mangel, doch am Ende des Lebens werden sie alle gleich, jeder genießt die Frucht seines eigenen Tuns nach dem Willen Gottes. Chaitanya, du hast sicher verborgenen Reichtum im Hause und ist heimlich, es ist schon lange bekannt. Fußnote 357 Schrithars Reichtum ist sein Reichtum an Prima Bhakti. Schrithar Gut, komm in mein Haus und sieh selbst, ich will mit dir nicht streiten. Chaitanya, ich kann dich jetzt nicht loslassen, was wirst du mir geben? Sag. Schrithar, ich lebe vom Verkauf des Bananenstammes, sag, was du haben willst. von dem Reichtum, den du in deinem Hause hast, soll später die Rede sein. Gib mir Bananen die Wurzel, das Innere des Stammes, doch gib es umsonst. Schrithar im Herzen, das ist ein gar kühner Brahmane. Und Schrithar sagt zu ihm, du kannst nehmen, was du willst, ich werde keine Schuld aufschreiben. nimm und lass uns nicht streiten. Prabhu nimmt, was er verlangt hat und täglich wird in seinem Hause das gekocht, was er von Schrithar erhält. Und regelmäßig erhält er auch von den Gurken, die Schrithar im Hause hat und er isst sie in Milch gekocht. Prabhu fragt, Hey Schrithar, sag mir, was du von mir hältst. Dann will ich nach Hause gehen. Schrithar sagt, du bist ein Brahmane. Er sagt, nein, du weißt es nicht. Ich stamme von der Gopa-Familie ab. Ich weiß, dass ich ein Hirte bin. Fußnote 358 Krishna als Hirte Gopa in Vraj Schrithar lacht und aufgrund der Maya Vishnus, der Yoga-Maya, versteht er nicht, was Prabhu sagt. Prabhu Schrithar, hör zu, ich sage dir die Wahrheit. Aus mir stammt die Größe der Ganga. Fußnote 359 Gemäß mehreren Shastras entspringt der Gangestrom von Krishnas Füßen. Schrithar O weh, Pandit Nimei, selbst die Ganga fürchtest du nicht. Seltsam. Andere Menschen werden mit fortschreitendem Alter gesetzter. Mit dir ist es gerade umgekehrt. So spielt er mit Schrithar und geht dann in sein Haus zurück. Am Vollmondabend die Studenten sind fortgegangen, er sitzt allein an der Tür des Hausschreins und als er das Vollmondlicht sah, brach in seinem Herzen das Bewusstsein auf, dass er Krishna ist, der Mond von Vrindaden. Und eine unerhörte Flötenmelodie erhob sich, die außer seiner Mutter niemand vernahm. Als die Mutter diese, die drei Welten verzaubernde Flötenmelodie hörte, fiel sie in Freude sofort in Ohnmacht. Sobald sie wieder zum Bewusstsein kommt, hört sie die Musik von Neuem und sie nimmt wahr, dass die Flötenmelodie von dort her tönt, wo Gaurachandra sitzt. Sie geht aus ihrem Raum dorthin und sieht, ihr Sohn sitzt an der Tür des Hausschreins. Die Melodie hört sie nicht mehr, doch sieht sie auf seinem Herzen den Mond des Himmels. Sie schaut nach allen Seiten, geht in ihr Zimmer zurück, denkt nach, doch versteht sie nicht. Solche Manifestationen sah sie vieler, die edle Saji. In einer anderen Nacht hört Saji Gesang, Musik, Spiel von Hunderten von Spielern. Viele Instrumente hört sie. Takt, so wie in der großen Rasalila. Fußnote 360 Vergleiche Bhagavatam 10.29-33 Ein anderes Mal sieht sie, dass das große Haus aus edlem Licht besteht. Ein anderes Mal sieht sie viele edle Göttinnen, alle so wie Lakshmi mit Lotussen in den Händen. Und dann wieder sieht sie leuchtende Devas und dann entschwindet alles. Es ist nichts Besonderes, dass sie das wahrnahm, denn sie ist ja Vishnubhakti in Gestalt. Fußnote 361 Vishnubhakti ist die Kraft der Erkenntnis. Und auf wen ihr Gnadenblick fällt, der wird würdig, alle diese Dinge zu schauen. Und so spielt Gaurasundara Vannamali, der wunderbar schöne Goldgestaltende, der den Waldblumenkranz trägt, in dem göttlichen Glück seiner selbst verborgen. Und wenn Prabhu auch hier sein Wesen offenbart, so vermag dennoch keiner seiner Diener es zu verstehen. Niemand sonst in Navadvip hatte die stolze Verwegenheit und Arroganz, die er zur Schau trug. Was für eine Lila Gott, der Herr, auch spielt. Er ist immer da, der Allererste, der Unvergleichliche. Wenn er kämpfen will, so ist er von solcher Kampfeslust und Waffengeschicklichkeit wie kein Zweiter. Und wenn er liebe Spiele spielt, so besiegt er als Krishna Hunderttausende von Mädchen. Und wenn er an Reichtum denkt, dann füllen sich die Häuser alle seine Untertanen mit Schätzen. Und ebenso ist es, wenn er jetzt als Gourajandra seine Arroganz und Verwegenheit zur Schau trägt. Und wenn er später einmal den Weg der Entsagung gehen wird, dann wird niemand auch nur ein Tröpflein seiner Entsagung und seiner Bhakti haben. Und doch ist es so, wenn Gott, der Herr, das Allerhöchste tut, das er doch gern zugunsten seiner Diener verliert. Eines Tages geht er in edlem goldenen Gewand von fünf bis sechs Schülern umgeben auf der Hauptstraße. Er sieht wie Krishna aus, rote Betelzeichen auf den Lippen, sein Anlitz strahlend wie der Mond. Und die Leute sagen, ist das der Gott der Liebe? Das senkrechte Zeichen des Vishnubakta auf der Stirn, das Buch in der heiligen Hand und die Lotuse seiner Augen. Dieser Anblick wischt alle Sünden fort. Von seinen Schülern umgeben schreitet er dahin, die Arme leicht schwingend. Da begegnet ihm zufällig Schrievas Pandit. Der lacht, als er ihn sieht. Brabe grüßt ihn, er erbietig. Der edle Schrievas sagt, dir sei ein langes Leben. Dann sagt Schrievas lachend, sag an, wie lange soll es so weitergehen, du Stirnjuwel von Vergangenheit und Arroganz. Immer die Zeit verschwendend, ohne Krishna zu verehren. Warum lehrst du Tag und Nacht? Wozu lernen die Menschen, wenn es nicht ist, um Krishnas Wesen kennenzulernen? Wozu dann alles wissen? Bis jetzt hast du die Zeit auf etwas ganz anderes verwendet. Nun gibt sich ganz der Verehrung Krishnas hin. Bravo lacht. Vernimm, O Pandit, mit deiner Gnade wird es zweifellos schon so werden. Und lachend ging er mit seinen Schülern zum Gangesufer, sitzt am Strand von seinen Schülern umgeben, so wie einst der Sohn Nandas mit seinen Hirtenknaben am Yamuna-Ufer spielte. So spielt er der Krishna-Chandra, Krishna-Mons, nun in Gestalt eines Brahmanen mit eben diesen Hirtenknaben am Gangesufer. Bravo fordert alle Gelehrten heraus und besiegt sie. Täglich strömen ihm neue Schüler zu, endlose Scharen. Vrindavan Das, der Autor des Chitanya-Bhagavata, bittet, mag mir von Geburt zu Geburt das Bild dieser Lila im Sinne bleiben und Nityananda, auch du, tue mit deinen ewigen Begleitern deine Lila und lass mich dein Diener sein.